Hallo meine lieben Freunde hier auf YouTube. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei dem Talk. Ja, ich grüße euch recht herzlich. Mit dabei habe ich heute das Spiel AO Tennis 2 und mal gucken. Links bin ich, rechts ist der Fabrizio Bianco. Okay, los geht's. Das seht ihr auch selten, Tennis auf dem Talk sein YouTube Kanal. Ich hoffe ihr könnt mich hören und das Klacken von dem Controller macht euch hoffentlich nichts aus, wenn es gleich losgeht. Ja. Aufschlag. Es liegt noch. Da oben dreht sich der Kreis. Heute habe ich mal ein Hemd an. Ja, ein Hemd mit dem Logo vom White Elephant. Ist ein Club in Gießen. Sehr cool. Nur so zur Info, ne? Weiter mit A. Okay, dann machen wir A. Und los geht's. Das da ist übrigens mein Mikrofon, ne? Das da. Wenn ich so reinspreche, ist es natürlich cooler. Aber ich muss mich ja konzentrieren auf das Spiel, ne? Ich habe schon mal vorgespielt. Zwei Spiele schon gewonnen. zu Null. Oh ja. Zu Null sogar. Und ich stehe jetzt im Finale von den... Oh, Münzwurft. Auf der Zeit. Aufschlag. Okay, los geht's. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Video. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen hoch und einen Kommentar und ein Abo. All das würde mich sehr, sehr freuen. Okay, das war easy. Ja, zero. Und das soll das Finale sein? Naja, mal gucken. Vielleicht wird's ja noch schwerer. Ich glaub's zwar nicht dran, aber egal. Der kann ja gar nichts, der andere. Ich hab mich noch nicht mal richtig angestrengt eben gerade. Und schon wieder. Punkt. 40-0 oder wie jetzt hier? Ja, 40-0. Klopsch. Germany. Geil. So. Da. Da. White Elefant. Ach so, ich muss noch mal den Mückentanz machen, Leute. Der Mückentanz. Wurde mir in den Kommentaren geschrieben, Torque, machen wir mal wieder den Mückentanz wie damals auf YouNow. Genau. YouNow. Nicht YouTube. Da bin ich jetzt. Aber früher war man auch YouNow unterwegs. Ich bin, äh, oh, oh, shit. So viel gelabert. Nicht auf, fast egal. Ähm, ich bin übrigens YouNow-Partner seit 1-2 Monaten. Aber ich hab seitdem an nicht mehr gestreamt. Lustig, ne? Ja, find ich auch. Und jetzt kommt schon. Den kriegt er nicht mehr. Sehr, 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 sehr gut. Gebt dem Video ein Daumen hoch. Ein Daumen hoch. Und ein Kombi. Das würde mich freuen. Ja, das Spiel heißt AO Tennis 2. Und es macht Spaß. Es ist sehr unterhaltsam und für zwischendurch mal ganz gut. Ich hab sogar Schreude of the Avatar zurückgestellt, nur weil ich hier Tennis spielen will. Ihr wisst ja, Schreude of the Avatar ist mein most favorite game. mit über 17 oder 18.000 Stunden mittlerweile. 18.000 Spielstunden, müsst ihr euch mal überlegen. Auf! Ja, auf. Sehr gut. Bing! Schöne Grüße gehen raus an Jens, ne? Solltest du das jetzt schauen? Schreib doch mal in die Kommentare. Ich habe deinen Gruß bekommen und gehört. Und die Rena und die Sina und die Britta und die Laura. Alle sind von mir gegrüßt. Auch der Marlon und der Geralt. Die Skorilla. Ich grüße euch alle recht herzlich. Hier bei dem Talk auf YouTube. Na? Na? Den kriegt er nicht mehr. Doch, doch, doch. Oh, komm ich beinahe nicht mehr. Ah! Den, 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 den. Okay, no, so. Oh, na? Ach, der Tor hat den Ast. Tor hat einen Ast geschlagen. Geil, oder? Das war ein Ball. Richtig. Zack. Von oben. Hat der andere keine Chance. Der andere. Bianco. 0 gut ne? 40 0 2 0 und gleich steht es 3 zu 0 jetzt so klopf 3 bianco 0 der kann echt gar nichts und das soll das finale sein hätte ich nicht gedacht übrigens habe ich dieses spiel über steam mir gekauft gestern abend und heute zum ersten mal gespielt muss ich sagen es macht echt Spaß und es gibt sogar steam errungenschaften die erungenschaften saugut die meisten von euch wissen gar nicht was steam ist eine spieleplattform wo man spiele kostenlos und auch kaufen kann die größte spieleplattform im internet also jeder gamer kennt steam ja ich weiß ja Bescheid der kann aber auch gar nichts der gegner na kriegt ihr den noch? ja ich krieg den noch shit aber den nicht mehr doch auch noch und ab in die nächste Ecke jawoll ich kann nichts der gauner der bianco ich nenne ihn ab jetzt roberto blanco ja roberto blanco am start kann nichts ich mache ihn platt jawoll so 40 und bingo na, Roberto Blanco, du Gauner ich lach noch ich hab mal einen Ball verloren was geht da? ich muss ja ein bisschen aufpassen aber ich hab trotzdem 4,0 und ganz easy na, der kick noch aber jetzt nicht mehr so, der Torque mit dem White Elephant Hemd mach ich mal ganz stylisch ja, cool so läuft das bei uns so läuft das so macht er so macht er der Gegner 5,0 ok, den zweiten Satz den kürze ich mal ab ja da mach ich mal eine Pause dazwischen weil ich glaube, das ist für euch zu langweilig denke ich mir mal das Zugucken von dem Tennisspiel hier wie ich hier den Gegner in Grund und Boden spiele ne habt ihr jetzt einen guten oh out jawohl ja dann würde ich sagen ich spiele jetzt ein bisschen weiter ich starte die Aufnahme wieder wenn es kurz vorm Ende ist damit wir sehen, was passiert, wenn man ein Turnier gewinnt das ist ja das Endspiel in dem Turnier ok, ok, ok so, dann ähm 0 mach ich jetzt ganz kurz ein Break also bis gleich, meine liebe Freunde, wir sehen uns so, da bin ich wieder für euch war das nur ein ganz kleinen Moment ich habe jetzt hier schon ein bisschen weiter gespielt steht 4,0 im zweiten Satz für mich und den kriegt er nicht mehr jawohl das da ist mein Mikrofon wisst ihr bescheid von Rode BÄM BÄM so, damit steht 5,0 im zweiten Satz und jetzt geht es vielleicht ans Spielende Na komm schon lass uns so lange auf dich warten du verlierst eh Roberto Blanco 0 Sturm ich stehe da 15,0 im zweiten Satz für mich natürlich ja, dann grüße ich auch mal meinen Vater recht herzlich Moni und Bergen und Bergen Frank Klaus ah Katja und werden von mir gekrüßt ist 3,0 jetzt mal hin ich will das Spiel gewinnen ich will gucken ob es eine Errungenschaft gibt für das Gewinnen eines Turnieres oh keine Ahnung mal einen Gegner äh einen Punkt gemacht der Gegner so mache ich okay los geht's 30,15 die letzten 2,3 Punkte können wir auch noch net premier service erster Aufschlag jawoll und in die andere Ecke jawoll perfekt so läuft das hier bei uns so 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 und so bei uns schäfern ist das so ich habe gerade matchball würde ich mal so behaupten e-mail bei mir braucht nicht nachgucken und er kommt schon war es das jetzt mit ihm und wo bleiben die Steamer rungschaften bam das ist das dritte Spiel der dritte Sieg jeweils immer zu 0 match zusammenfassen klopf 6-0 und nochmal 6-0 matchzeit 19 Minuten okay ihr habt nicht das ganze Spiel gesehen ich habe nicht zwischendrin Pause gemacht und ich habe alleine weiter gespielt ohne euch ja vielen vielen dank fürs zuschauen bis hierher ihr seid spitze lasst dem Video doch einen Daumen hoch einen Kommentar und ein Abo da und dann macht ihr mich glücklich ne macht mich ruhig glücklich und so macht YouTube Spaß wir sehen uns beim nächsten Mal wenn es wieder heißt der Talk spielt ein Computerspiel und der Standardsatz von Jens zum Abschluss nochmal schöne Grüße gehen raus Jens viel Spaß mit den Dingen die ihr so macht also wir sehen uns beim nächsten Mal also Tschaui macht's gut geriet ladies an man Untertitelung des ZDF, 2020